Eine tolle Sache, wir sind sehr angetan, das in sehr kurzer Zeit auf die Beine gestellt worden ist, mit einer großen Vielfalt auch an technischen Innovationen, die Firmen, die sie eingebracht haben. Für mich muss ich sagen, ich war natürlich besonders interessiert, was haben die Schulen, die Standorte mit ihren Schülerschaften hier angeboten, wie stellen sie das dar, wie sehen sie das ganze Ereignis und ich muss sagen, auch sehr erkenntnisreich und ich bin angetan.